Ja, wie kann ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter. Ja, nun, der Mensch kann es und hat es und wird es weiterhin machen, bis eben diese Epoche einbricht oder aufbricht oder hereinbricht, wo Jesus die Herrschaft in der ganzen Welt übernehmen wird, das tausendjährige Reich aufrichtet und dann all diese Irrtümer wirklich offensichtlich werden. Und dann die Frage, wie kann ein Mensch sich Götter machen? Wie konnte man das nur? Ja, ich glaube, eine Teilantwort ist eben, weil der Mensch den freien Willen hat und wenn er nicht bereit ist, sich auf Gottes Wort, auf seine Offenbarung auszurichten und danach zu leben, dann macht er seine eigenen Götter und Gottesvorstellungen. Davor geschützt zu sein, dafür, oder da hat uns der Herr eigentlich sein Wort gegeben, die Bibel. Und da finden wir tatsächlich Wegweisung und Korrektur für die Sachen, die wirklich Tatsachen sind, die Wahrheit sind. Aber es liegt an jedem selber, ob er bereit ist, sich diesem Wort, Gottes Wort zu öffnen und sich dem auch anzuvertrauen. Aber wenn er das tut, dann ist ein Prozess in Gang zu setzen, von dem der heutige Lehrtext uns auch hilft und aufzeigen will und es auch tut, nämlich darum tötet alles, was nur auf dieser Erde oder auf dieser Erde gehört und euch noch in den Gliedern steckt. Was sind das für eine Dinge? Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, Lust auf Böses und Habgier, die nichts anders ist als Götzendienst. Kolosser 3, Vers 5. Also falsche Gottesbilder. Und einer, der Jesus annimmt und bereit ist, sich auf Gottes Wort wirklich auszurichten, hat ihm diesen Prozess vor sich, alles abzulegen, zu töten, sagt Paulus hier den Kolossern, was in den Gliedern steckt, also das sündige Wesen im Menschen drinnen. Nämlich, und das habe ich ja schon vorher erwähnt, also die Unzucht, Unsittlichkeit, böse Leidenschaften, Lust auf Böses und die Habgier und all das ist nichts anderes als Götzendienst. Ich glaube, da hat jeder von uns in irgendeiner Weise, auf irgendeiner Ebene noch diesen Kampf zu kämpfen. Und da möchte ich uns der Herr auch heute wieder dabei helfen, durch seinen Geist. Ich wünsche dir auch wieder einen guten und schönen Tag. Und mit Gottes Wort, mit Losung und Lehrtext verabschiede ich mich hier noch einmal. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Jeremia 16, Vers 20. Und der Lehrtext, darum tötet alles, was nur auf diese Erde gehört und euch noch in den Gliedern steckt. Bis morgen, dann vielleicht. Servus. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!